was wollen wir denn, also ich kann mein äh äh hier Lowrider nehmen die nicht. Lass mal den gleichen Karren nehmen. Welche wollen wir nehmen? gerade durch hättet auch ein bisschen warten können hey lass dir ja nicht mehr die Zeit lass mal den Schaffer V12 ach so die gehen gepanzerten, ja ok ging ja nicht mehr Freezer die Zeit war ja um die Runde sieht ja ganz schön spannend aus hier muss man sagen. Die Zeit war am Arsch alter Schwede und wenn ich so länger eingestellt hätte ich in 30 Sekunden hätte ich nicht mal gefahren aber ich glaub die I-Strecke wird nice ja ich hoffe es. Ja Leute wir kommen zu einer neuen Runde, sorry jetzt nur zu zweit ach jetzt kann man sich ran ich wollte grad sagen. Konnte man gar nicht ausstellen oh ne scheiße müssen wir aufpassen Waffen freigegeben. Waffen nicht benutzen wie gesagt Was ist das denn? Oh ich will da nicht jeden fahren ob oben oder unten LOL aber Glück gehabt mega Glück muss ich sagen. Ok du bist rüber gefahren ja Alter was war das für ein Lack oh jetzt kann man sich zwei Wege ausüben ich nehm einfach mal den Looping hier oben sagt ne scheiße an der Stelle da den Looping hätt ich nicht nehmen dürfen hey und noch mit so ner Karre hier der Schafter ist nicht mal schnell Motorhaube ist mal wieder ab da stand aber da stand aber geschwindigkeit volle Pulle ja brauch ich aber irgendwie hier nicht komm auch so voran ja ja passt ich seh nichts der wär mies wenn er da so ne Kurve hingepackt hätte das wär echt na klar hier kommt ihn da auf immer oh was langsame das was ist das überhaupt für ein Auto hier ist halt noch nie gesehen hab das gepanzert ach was macht denn der jetzt hier fuck also irgendwie ist die Map low weil du wirst ja hier mehr ausgebremst als alle das andere das denk ich mal eher so ein Rennen für mehr Spieler das ist mehr so ein Rennen für für ja für lahme Leute wo man sich mehr wegrammt das für Rollator in der Map ne Rollator in der Map boah wie doch ab die Karre die ist doch schnell nein ich meine die Strecke die weil du hier soviel ausgebremst wird und soviel lenken musst die Karre hat damit nichts zu tun ja hier wirst du auch wieder langsam irgendwie low die Map wieso nicht dir fällt mir nicht ganz so muss ich sagen du die Kapi-Map ist ja nicht rausgebucht ach den den Wallweit muss man gar nicht machen ja selber schuld du Wichskind alter selber schuld alter ich bin selber schuld kann man alle draus piepen was du hier sagst den Wallweit brauchst du hier nicht machen ne du musst hier um ne Kurve fahren schade ich glaub ich such auch jemals mal ne Map raus die nehmen wir heute Abend denn auf mit Luis da sind Wallweit Punkt 1 das wird ne geile Map bestimmt ja wie lange man dafür braucht denn sag mal wie was ist denn das für ne Kurve hier warum mach ich sowas überhaupt ich kann doch die Straße ganz normal fahren du brauchst diese ganzen Rampen da nicht benutzen wieso warum beschleunigen denn immer mitten in der Kurve scheiß Ball ach warum hab ich nur 2 Runden gemacht ach leck mich doch die Runde ist so nice ne ich find die Map langweilig also ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben ob ihr die Map jetzt cool find natürlich werde ich alle vielleicht verlinken ich weiß nicht wie ich das machen soll aber mal gucken ihr habt ja die Namen gesehen wie die heißen dann könnt ihr die ja auch mal suchen das ist eigentlich ich find die Map jetzt nicht so geil da fand ich die davor besser ach ja ist ok die Map hier und da war mir ja so ne Stelle hier ach ja die war ja so geskillt hier konnten aber Jan du bist 40 Sekunden vor mir ah da hinten fährst du ach 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 du bist da über die Kreuzzone gefahren warte mal ich fahr mal jetzt die Richtung mal gucken was das jetzt hier ist der Lichtbein wirklich besser ist ne die nimmt sich bedet nichts bedet einfach ach warum fliegt meine Motorhaube immer ab keine Ahnung die fliegt wirklich immer ab obwohl ich nirgendwo gegenfahre wie vorhin bei dem Rennen da ist auch immer die Motorhaube Mann ey immer fahr ich hier jeden und den Ball hier noch mhm 20 AP drin den Ball können wir uns auch noch nähen hier ok die mach ich scheiße boah na ist jetzt nicht so besonders so dran jetzt aber ich find's nicht so toll wie find der jetzt hier ist das denn so ne Scheißstelle das echte schlechteste Rennen bis jetzt warte mal kurz damit ich noch beenden kann wenigstens ich bin ja noch lange nicht im Ziel das ist aber glaub ich fast so wenn er sich nicht immer so drehen würde hier vor allem die Karre ist auch voll langsam ey also schnell ist er nicht aber langsam ist er auch nicht unbedingt aber da stand da geschwindigkeitsvolle Pulle eigentlich ja da hätten wir eine andere ich hab halt Limousin ausgezählt aber irgendein Limousin versteck war das ganz andere ich hab gedacht ja ja aber lange Autos die meinen damit die richtigen Limousin schade naja gut wär irgendwie lustiger gewesen ey man kann doch mal ein Rennen machen mit dem Traktor oder sowas wenn du das jetzt wieso nicht mal was das für ne klasse ist die Trucks ich würde ja sowieso echt mal so ne geile echt so ne Level Asian Map auch mal spielen dann musst du ihn nochmal raussuchen wenn wir mal demnächst machen da werden wir zwar wieder 41 Minuten dran klucken so wie ich jetzt doch klar aber wieder ein Stück hochgeladen zum Ragen ja passt ich meine ich bin ja nicht schon grau genug an der Haare ja was meinst du welche Haare Kopf oder alle sagen wir mal jetzt einfach beendet es lobe ich ja nicht oh tut mir leid ich war grad wo Scheiße tut mir leid komisch aussieht bis vorne das erwarten wir in der neuen Folge na ok vielen Dank bis zum nächsten Mal unterrein und tschau genau bei mir auch nochmal tschau aber bevor wir beenden die Aufnahmen dann seht ihr nochmal den Boss genau so denen möchte ich dann bis dann und tschau